Hallo zusammen, ich bin Yasmin Kozebeck und ich spreche gerne mit interessanten Menschen über interessante Themen. Heute geht es um eine Art Aussteiger. Wir alle kennen diese Geschichten, Menschen, die ein Leben gelebt haben, ein früheres Leben und dann alles hinter sich gelassen haben und quasi einen vollständigen Sinneswandel vollzogen haben. So oder so ähnlich erging es mir meinem Gast. Er ist aus den Alternativmedien ausgestiegen und hat alle sogenannten Verschwörungstheorien hinter sich gelassen und darüber wollen wir heute sprechen. Mit Stefan Bartunek. Hallo und herzlich willkommen oder ich sage vielmehr danke, dass du mich hier empfängst. Wir sind per Du, weil wir uns tatsächlich vor, ich will jetzt mal sagen, acht Jahren, acht Jahren in Berlin getroffen haben auf einer Veranstaltung von Dr. Daniele Ganser in Berlin. So, da warst du offenbar noch in den Alternativmedien tätig. Bevor wir da weitermachen, aber um zu erklären, warum wir uns duzen, würde ich dich gerne einmal vorstellen. Du bist Künstler, Schauspieler und Twitch-Streamer. Und deine Aktivitäten im Alternativmedien-Spektrum begannen damals 2014 mit den Mahnwachen in Wien. Und da hast du dich engagiert, warst auch Teil des Orga-Teams. Im Laufe der Zeit hast du auch ein Alternativmedium gegründet, Gruppe 42. Da hast du dich kritisch mit zeitgenössischen Themen auseinandergesetzt. Mittlerweile ist die Seite online. Du hast dich also davon quasi distanziert auch. Du hast auch auf Rubicon publiziert. Ich glaube, mittlerweile heißt es Manova, aber damals noch Rubicon bis 2019 hast du publiziert. Dann warst du Mitglied in der SÖZ. Das ist die Soziale Österreich der Zukunft. Eine Partei. Ja. Eine kleine Partei, oder? Ja, wollten antreten zur Wien-Wahl 2020. Sind sie reingekommen? Nein, ein paar Bezirksräte, aber nicht in den Gemeinderats. Jedenfalls hast du dich dort zur Gemeinderatswahl aufgestellt, bist aber mittlerweile aus der Partei ausgetreten, auch aufgrund deiner Tätigkeit im Netz. Ja. Weil das sich nicht so gut vereinbaren lässt mit deiner etwas, ich sage jetzt mal, ja sehr pointierten Ausdrucksweise. Ich kann noch vulgär sagen. Okay, danke. Ich wollte es gerade um, aber man kann sagen, ja, aufgrund deiner vulgären Ausdrucksweise. Unter anderem hast du auch bei dem Projekt Vicky Hausen mit Markus Fiedler und Dirk Pohlmann mitgearbeitet. Das wird wahrscheinlich vielen Leuten da auch draußen ein Begriff sein. Also nur damit die Leute verstehen, dass du in den Alternativen drin warst. Ja. Und dann, 2020, kam der Sinneswandel. Ja. Ja. Und du schreibst auf deinem YouTube-Kanal, ich habe es mir extra hier notiert, sogar mit hier Stift. Du hast geschrieben, von 2014 bis 2020 war ich hart in der Verschwörungstheorie-Szene unterwegs. Corona und glückliche Begegnungen haben mich aus der Szene rausgeholt. Ja. Und ich fand das so interessant, weil es ja eigentlich voll oft genau das Gegenteil ist. Ja. Ja, also viele sagen, Corona war für mich so ein Augenöffner. Vielleicht kannst du mir erklären, was da genau für dich passiert ist. Warum war für dich Corona der Augenöffner in die andere Richtung? Wenn man das überhaupt Mainstream bezeichnen kann. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommen wir der Sache heute näher. Ja. Ich würde nicht sagen, dass es direkt Corona war. Das war dann der Hauptauslöser. Ich habe schon angefangen zu hadern mit der Szene vorher. So. Mich hat sehr nachdenklich gemacht, der Umgang mit dem Klimawandel. Ja. Dass es da Teile gibt, die das halt krass am Leugnen sind. Dann der Umgang mit Leuten, die quasi an den Klimawandel glauben. Ja. Das war so 2017, 2018 herum gab es heiße Debatten mit Dirk Polmann, der sich da, ich sage jetzt mal so blöd zum Klimawandel, zum menschengemachten Klimawandel bekannt hat. Da habe ich zu hadern begonnen. Dann der Umgang. Also ich habe so das Gefühl gehabt, dass Teile der Szene sich radikalisieren, dass es rassistische Tendenzen gibt Richtung Muslime, Richtung Flüchtlingen. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Und letzten Endes der Auslöser dann wirklich zu reflektieren und der Szene den Rücken zu kehren, war dann tatsächlich mit Beginn der Corona-Pandemie. Und was war da genau der Punkt? Ja, genau, also was war da genau, was dich da hat zum Umdenken lassen? Also was hat zum Umdenken lassen? Ich hatte ja, als das losging mit Corona, hatte ich ja selber noch eine sehr skeptische Haltung gegenüber den Maßnahmen und gegenüber auch den Lockdowns, wie sie so gekommen sind. Hatte aber, ich sage jetzt mal blöd, das Glück, dass einerseits einer meiner Brüder damals als Krankenpfleger gearbeitet hat und so einer der Ersten war, der aus meinem Begründeten Krankenkreis mit Corona konfrontiert war. Und dass das halt doch eher eine ungewöhnliche Art war, wie das so durchs Krankenhaus dann ging. Die hatten so einen schwer kranken Patienten und der hat so die ganze Station angesteckt. Und das ist eher ungewöhnlich, dass sowas passiert. Und dadurch hatte ich halt durch ihn so einen direkten Einblick. Und dann kam dazu, dass ich damals für das SÖZ gearbeitet habe. Und das ist eine stark migrantisch geprägte Partei gewesen. Und wir haben dann für Facebook so kurze Clips gemacht mit Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten, hauptsächlich Ärzte, Ärztinnen. Und die dann in ihrer Muttersprache aber erklärt haben, wie man sich an die Maßnahmen halten kann, was es für Hygienevorschriften gibt und so. Und ich habe das gedreht alles, habe das eben aufgenommen und habe dann danach immer die Begegnung mit den Ärztinnen und Ärzten genutzt, um meine Skepsis mit denen auszutauschen. Also warum das, warum das, warum das. Und die haben mir aus ihrer Perspektive erklärt, dass das durchaus Sinn macht, was unsere Bundesregierung da an Maßnahmen angesetzt hat. Auch wenn man einiges kritisieren kann daran. Aber so diese Totalopposition, wie es dann aus den alternativen Medien kam, konnte ich nicht mehr teilen. Es wurde dann ja von einem Hygienefaschismus, Gesundheitsfaschismus, Maskenfaschismus geredet. Ich war dann so involviert ein bisschen. Du hast ja schon gesagt, ich habe für das Rubicon gearbeitet. Ich habe so mitbekommen, ein bisschen was im Hintergrund läuft, wie Mails rausgingen an alle, wo man sich auf einen gemeinsamen Kurs eingeschworen hat, jetzt gegen die Maßnahmen. Man muss sich wehren gegen den kommenden Faschismus. Und ich habe dann versucht, da, ich möchte nicht mal sagen, dagegen zu halten, sondern meine Perspektive einzubringen. Und das halt dazu geführt, dass es krasse Ablehnung gab, dass es keine Gesprächsbereitschaft gab, dass man mir auf eine sehr seltsame Art begegnet ist, obwohl ich da sechs Jahre in der Szene aktiv war. Und das hat mich alles sehr, sehr nachdenklich gemacht, zum Teil krasseste Anfeindungen von Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe und so. Und ich habe dann so gesehen halt für mich, dass ich war ja da sehr gutgläubig in dieser Szene. Ich dachte, wir machen, um aufzuklären, um die Gesellschaft voranzubringen. Und dieses Weltbild wurde da kaputt gemacht. Und ich habe mich dann zurückgezogen, eigentlich längere Zeit, und habe dann so Ende 2021 begonnen, da so ein bisschen, oder Mitte 2021, da auch so ein bisschen dagegen zu halten. Genau. Also es ist ja jetzt interessant, wie du jetzt auch diese Chronologie selber erläuterst. Ja. Für mich klingt es auch ein bisschen nach persönlicher Kränkung, muss ich sagen. Ja. Okay. Ja. Finde ich auch gut, dass du das einstimmst. Aber es war auch so, es war ja auch dieses, ich sage jetzt platt so, dieses Loslösen vom Mainstream, das ist ja auch aufgrund einer Kränkung passiert. Dieser Vertrauensverlust in die Medien war ja letzten Endes auch, ist ja auch eine... Aber war es persönlich? Ich glaube nicht. Naja, ich habe so das Gefühl gehabt, hey, ich kann meiner Weltsicht vertrauen. So 2014, ich hatte so eine linksliberale Weltsicht und ich hatte so das Gefühl, ich kann diesen Medien, die ich konsumiere, vertrauen. Und was damals so in der Ukraine passiert ist, hatte ich dann für mich den Eindruck, okay, da werden Sachen verwischt oder nicht so dargestellt, wie es ist. Und das hat schon zu einer persönlichen Kränkung auch geführt. Und es ist ja auch so, ist meine Meinung oder meine Wahrnehmung, aber in der Szene wimmelt es ja auch von gekränkten Menschen. Das würde ich jetzt nicht abstreiten. Ich glaube, da kann man sehr viele Erfahrungen machen und ich glaube auch in der Szene, wenn man von der sprechen will, wobei die jetzt mittlerweile wirklich gigantisch ist, es ist schwierig, da irgendwie so einen einheitlichen Block festzustellen, muss man ja auch, vielleicht kommen wir ja noch dazu. Du hast jetzt gesagt, dass du dann erstmal stillgehalten hast und dann 2021 hast du, glaube ich, ein Video aufgezeichnet, da ging es um deinen Ausstieg. Ja, ich glaube, es war so ein richtiges Abrechnung. Meine Abrechnung mit den Alternativmedien war das, glaube ich. Genau, das war so immer Herbst 2021. Genau, genau. Das war, um ganz genau zu sein, ich weiß sogar noch, das war zehn Tage nach dem 11. September, weil du das auch erzählt hattest, dass du eigentlich vorhattest, für zehn Jahre, 20 Jahre, Entschuldigung, für 20 Jahre 11. September irgendetwas zu organisieren und dass du dich dann dagegen entschieden hast. Vielleicht da, bevor ich jetzt vorlese, was du in diesem Video gesagt hast, ist es denn dann so, dass du jetzt, was der 11. September angeht, jetzt von mir aus die Mainstream-Meinung vertrittst oder hast du da immer noch Fragen zu diesem Vorgang? Es ist mir egal. Das ist okay. Das verstehe ich total. Es ist so, weißt du, ich habe, das war mein Steckenpferd, 9-11. Das habe ich geritten sechs Jahre lang. Ja, und ich habe dann, ich wollte ja, ich habe 15 Jahre 9-11, haben wir eine Veranstaltung in Wien organisiert mit dem Daniele Ganser und ich wollte also eine Riesensache machen 2021. Ich hatte da schon angefangen zu planen. Die Idee wäre gewesen, das in Berlin zu machen oder in Wien. Ich hatte Kontakte aufgenommen nach Amerika, so mit ehemaligen Kongressabgeordneten und so und ich war aber dann so durch diesen Bruch, durch den endgültigen Bruch mit Corona, wo ich dann mit der Szene so ein bisschen angefangen habe zu hadern, habe ich natürlich dann auch irgendwann angefangen, mich in Frage zu stellen und ich hatte dann auch Gespräche so mit dem Hakan Görde vom SOZ, der dann auch mal zu mir gesagt hat, hey, das war halt so einer der Ersten, der jetzt nicht so kam, du bist so ein Verschwörungstheoretiker und Duschwurbler und so, sondern der gesagt hat, hey, was würde sich denn ändern, wenn du jetzt recht hast mit deiner Sicht auf 9-11? Das liegt jetzt 20 Jahre zurück. Was wäre jetzt so, warum beharrst du da so darauf? Und das hat dann zu so einem Prozess des Nachdenkens geführt und ich habe mir dann schon gedacht, hey, eigentlich war das ein bisschen verrückt, auch so sechs Jahre lang dieses 9-11-Ding zu reiten und dann bin ich halt abgerückt davon. Also ich verstehe diesen persönlichen Zugang, den kann ich wirklich gut nachempfinden, weil es dein quasi persönliches Leben nicht betrifft, sind wir ehrlich. Aber ich kann zum Beispiel verstehen, dass Leute, die wissenschaftlich tätig sind, nehmen wir doch so Menschen wie jetzt Dr. Daniele Ganser, die sich damit auseinandersetzen in ihrem Kontext als Historiker und auch andere Wissenschaftler, die darüber Bücher schreiben, dass es für die schon interessant ist, rein aus einer beruflichen Motivation heraus. Also würdest du dann den Leuten nicht absprechen, aber dann irgendwie auch sagen, Gott, warum verschwendet ihr eure Zeit damit? Ich glaube, am Ende geht es ja darum, auch irgendwie die Wahrheit vielleicht herauszufinden, auch wenn wir uns der vielleicht nur annähern können. Aber wie würdest du sagen, Menschen, die da weitermachen, Bücher schreiben, darauf warten, wenn neue Erkenntnisse vielleicht herauskommen, findest du das dann auch immer noch deppert? Nee, würde ich jetzt so nicht sagen. Ich finde es nur problematisch, wenn man aufgrund dadurch, dass man 9-11 anzweifelt, anfängt generell alles anzuzweifeln und anfängt, das zu verknüpfen mit anderen Ereignissen und sich dann so eine Gegenwahrnehmung aufbaut. Das finde ich problematisch. Und das passiert halt leider. Das passiert. Ich sehe so, ich finde, wenn man das Bedürfnis hat, soll man sich kritisch damit befassen. Es gibt Sachen, die komisch sind. Ich meine, das ist ja auch, ich sage jetzt mal, Mainstream, die Verknüpfung mit Saudi-Arabien. Da gibt es Gerichtsurteile aus den USA mittlerweile. Das finde ich schon legitim. Aber ich finde es halt problematisch, wenn aus dieser Denke dann so ein generelles Gefühl wird. Die lügen uns alle an. Und dann ist es halt ein Einstieg in das berühmte Rabbit Hole. Genau, den Kaninchenbau, den kennen wir alle. Wir sind da alle schon mal eingetaucht, mal rechts und links abgebogen, irgendwo hängen geblieben, wieder zurück. Und so kenne ich auch, weiß ich auch. Man kommt da an der Souveränitätsfrage Deutschlands vorbei und so weiter und so fort. Absolut. Du hast vollkommen recht. Ich frage mich nur, ob es denn so falsch ist, die Dinge in Frage zu stellen, weil man so oft angeboten wurde. Ja. Und zwar auch über große Themen. Okay, Irakkrieg ist ein super Beispiel in diesem Fall. Und das ist in unserer Zeit passiert. Das ist noch nicht 20 Jahre her, wenn wir ganz ehrlich sind. Nein, ich finde es überhaupt nicht falsch, kritisch zu sein. Das Problem, was ich wahrnehme und was ich ja an mir selbst auch erlebt habe, ist, dass das in Frage stellen dann zu einem Loslösen führt. Und man sich in so eine Parallelgesellschaft hineinbegibt, wo du die Idee hast, man wird nur mehr angelogen, die arbeiten alle gegen uns und wir sind so der Kern des Widerstands. Und dann trifft man sich zu irgendwelchen Veranstaltungen und fühlt sich da so. Es hat was. Also, weißt du, die sechs Jahre, wie ich da unterwegs war, was mich immer so am meisten gekränkt hat, war, wenn ich ihn im Fernsehen irgendwen gesehen habe und der gesagt hat, das ist wie in einer Sekte. Diese Verschwörungstheoretiker, das ist wie in einer Sekte. Und jetzt sitze ich da und sage, es ist ein bisschen so. Es ist ein bisschen wie in einer Sekte. Nicht alle, aber es ist ein bisschen wie in einer Sekte. Und ich habe auch so das Gefühl, dass das dazu führt, dass man so eine generelle Feindlichkeit hat gegenüber, ich sage jetzt platt der Mehrheitsgesellschaft, das sind alles, das sind Mainstream-hörig, das sind Schlafschafe, die haben sich das ja dann irgendwie auch verdient, dass alles den Bach runtergeht. Man verliert so ein bisschen den Glauben an die Gesellschaft, was aber auch ein Verlust ist an eine Zukunftshoffnung, die man eigentlich haben sollte. Man abstrahiert sich so raus und alles ist schlecht und alles ist mies und die Gegend gegen uns. Also diese Erhöhung über die sogenannten Schlafschafe, wie es manche formulieren, nicht aber selbstverständlich, da würde ich durchaus zustimmen, dass da so ein Momentum da war, vor allem in der Corona-Krise, weil ich mich davon auch nicht freisprechen wollte, weil manche Dinge so verrückt waren. Und wenn ich jetzt so zurückdenke an dieses Thema Masken und wir müssen nicht in die Masken Diskussion gehen, aber es war einfach verrückt, dass man ins Restaurant ging, wenn man aufstehen musste, musste man die Maske anziehen. Du, ich habe damals im Fitnessstudio gearbeitet, die Gäste kamen rein, mit der Maske mussten mit der Maske in die Garderobe gehen, dann konnten sie die Maske abnehmen, dann haben sie trainiert und dann mussten sie die Maske wieder aufsetzen und rausgehen. Das ist absurd, keine Frage. Und da denke ich mir, da konnte ich irgendwie nachvollziehen, dass man das Gefühl hatte, dass das lauter, ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige Schafe, Lemminge, was auch immer, so NPCs sind, die einfach nur befolgen, obwohl es keinen Sinn gemacht hat. Und ich habe mir gedacht, wenn alle einfach, weil in anderen Ländern war es ja auch so, die hatten ja auch Regeln, die werden nur nicht befolgt, weil man dort eh ein anderes Gefühl damit hat. In Deutschland ist ja alles immer sehr akkurat. Und da konnte ich dieses Gefühl nachvollziehen, dass man gedacht hat, was ist los, Leute? Das macht keinen Sinn. Natürlich macht es keinen Sinn, aber das ist ja nichts Neues. Ich meine, so Sachen passieren doch immer wieder. Man weiß, welche absurden Ideen es über die EU gab, was Klübierenden betrifft oder was diese Gurkenregelung betrifft und so. Das nennt sich halt Bürokratie, wird halt auch scheiße gebaut. Ich kann mich erinnern, als das losging bei uns mit der Maskenpflicht, ich habe total gehadert. Ich habe auch total gehadert mit der Maskenpflicht in der Schule. Mein Sohn war damals in der Volksschule und der fand das nicht gut, dass er Maske tragen muss in der Schule. Aber nur, ich weiß, ich saß dann so bei einem Freund und dann war das so Thema und ich habe dann aber für mich entschieden, hey, die Maske will jetzt nicht der Grund sein, dass ich wieder in den Widerstand gehe. Ich habe akzeptiert für mich, dass es eine Pandemie ist, dass es eine Ausnahmesituation ist und dass dadurch eben Gesetze beschlossen werden, Maßnahmen beschlossen werden, die halt auch keinen Sinn ergeben. Im Nachhinein kann man vieles kritisieren. Ich fand den ersten Lockdown bei uns in Österreich in der Länge schon äußerst fragwürdig. Ich glaube, dass der Punkt bei der Pandemie ist, also wenn man jetzt fair ist, dass man durchaus sagen kann, dass es eine Ausnahmesituation war. Der Punkt ist, wie lange. Und dass man diese Ausnahmesituation in Deutsch, ich kann jetzt nur über Deutschland sprechen, in Österreich war es ja teilweise noch kritischer, dass es drei Jahre lang ging, war absolut nicht nachvollziehbar. Da hat jeder verstehen können, was da los ist. Das wäre jetzt mein Punkt gewesen an dieser Sache. Also zwei Jahre waren es, so 22 früher war es dann vorbei bei uns. Also bis bei uns alle Sachen aufgehoben wurden. Ich glaube, die letzten Regeln, natürlich die letzten Regeln waren tatsächlich dieses Jahr, die aufgehoben wurden. Die haben nicht mehr alle betroffen in der Form. Aber man muss das schon mal konstatieren, dass das wirklich lange ging. Klar, aber das ist halt so, ja, Staatswesen. Aber würdest du jetzt sagen, dass du jetzt auch so eine gewisse, ist doch egal Haltung hast, weil das auch einfach anstrengend ist, sich immer dagegen zu sein von mir aus? Ich würde sagen, pragmatisch. Ja, ich denke mir so, das Problem, was man hat, auch über soziale Medien, dass es so einen Empörungskult gibt mittlerweile. Man empört sich gerne und man empört sich über Sachen, die man nüchtern betrachtet akzeptieren könnte. Ja, und das versuche ich zu machen. Jedenfalls hast du in deinem Ausstieg-Video, ich nenne es jetzt einfach mal so, dich ganz deutlich mit folgenden Worten von den Alternativmedien distanziert. Ich lese mal vor, was du da so gesagt hast. Das heißt, euer Krieg macht Menschen zu seelischen und geistigen Krüppeln. Aus Selbstschutz ziehe ich nicht weiter in diesen Krieg. Und da habe ich mich gefragt, ob du vielleicht auch ein bisschen über dich sprichst. Ja. Weil erstens denke ich mir, okay, da gibst du ja diesen Alternativmedien schon ziemlich viel Macht auf. Dass die dafür sorgen können, dass andere Menschen seelisch und geistig verkrüppelt werden. Man kann jetzt natürlich da reingehen, Medienkonsum ist allgemein für die psychische Gesundheit vielleicht nicht so gut. Dazu gehören auch Alternativmedien, stimme ich dir zu. Aber aus Selbstschutz ziehe ich nicht weiter in diesen Krieg. Da sagst du ja selber, dass dich das ein bisschen in gewisser Weise zu einem geistigen oder psychischen Krüppel gemacht hat. Ja, so würde ich schon sagen, weil ich so in einer Abwehrhaltung war auch und auch immer so in einer Art der Rechtfertigung und immer wieder auch diskutiert hatte mit anderen Menschen. Ich habe heftigste Diskussionen und Streitereien geführt. Ich habe meinen Beruf quasi aufgegeben dann auch. Ich meine, das machen nicht alle in der Form, wie ich das gemacht habe. Das war schon ein bisschen wahnsinnig auch. Ich bin halt da voll hinein. Ich habe meinen Beruf auch damals aufgegeben. Aber ich möchte dazu sagen, ich habe das geschrieben September 2021. Das war kurz, kurz nachdem auf der Tankstelle der junge Mann erschossen wurde. Den hat jemand ins Gesicht geschossen, weil er sich hätte eine Maske aufsetzen sollen. Und der hat den halt erschossen, weil er nicht an Soros und Merkel rankam. Und das war so, wo ich mir gedacht habe, hey, und der war Konsument auch alternativer Medien. Und es wurde auch, es gab einen, ich sage keinen Namen, aber es gab Menschen, die gesagt haben, hey, das ist ein Krieg, der da gegen uns stattfindet. Aber das hat zum Beispiel Macron auch gesagt. Ja. Macron hat das gesagt. Aber Macron hat ja gesagt, wir führen einen Krieg gegen einen Virus. Das ist eh total bescheuert. Oder Merkel sagt, das ist die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg. Deswegen die Rhetorik, die Rhetorik-Spirale, würde ich niemals behaupten, wurde von ein paar Hanseln in den Alternativmedien hochgeschraubt. Klar, nee, das nicht. Aber schau, Macron sagt, okay, das ist jetzt ein Krieg gegen einen Virus. Aber da geht halt dann niemand mit einem Revolver und versucht, irgendwelche Viren abzuschießen. Aber umgekehrt war es dann so, die Politiker, die führen einen Krieg gegen uns. Und wir müssen jetzt, der Krieg wird uns aufgezwungen und wir müssen uns jetzt verteidigen. Und das führt halt dann dazu, dass du so Wahnsinnige hast, das machen ja nicht alle, das machen die wenigsten, drehen dann so durch. Aber das führt halt dazu, dass dann Leute stellvertretend für Merkel oder stellvertretend für eine Einwanderungspolitik, mit der sie nicht zufrieden sind, werden dann junge Menschen massakriert. Also die These ist ja, die du damit in den Raum stellst, dass das, was du im Internet konsumierst, zu tatsächlicher Gewalt auf der Straße führt. Ja, klar. Richtig. Und da, ich bin, ich tue mich ein bisschen schwer mit dieser These, weil, und wir hatten die Diskussion auf Twitter, glaube ich, weil ich, für mich hört sich das an wie dieses Killerspieler-Argument. Ja. Ja, und ich würde nicht behaupten, dass diese, ja, diese Aggressionsspirale im Internet nicht existiert, selbstverständlich existiert sie. Aber ich glaube, es gehören mehr Faktoren dazu als Hass im Netz, die dazu führen, dass jemand eine Pistole in die Hand nimmt und jemand umbringt. Da gehören, weißt du, da gehört der persönliche Lebensweg dieser Person dazu, wahrscheinlich psychische Probleme, die diese Person hat, persönliche Kränkungen und so weiter und so fort, dass allein dieser Faktor niemals so eine Tat erklären kann. Das wäre jetzt so meine Herangehensweise. Jasmin, dann lass uns mal, fangen wir mal an, 2012 mit einem Anders Breivik, ja, der 14-, 15-, 16-jährige Kinder erschossen hat, weil sie irgendwann Politiker werden, die zu einer Islamisierung beitragen. Ja, ja, so. Und der, die als Zeichen gegen die Verweiblichung der Gesellschaft, hat er diese Kinder umgebracht. Und sein Weltbild war zusammengesetzt aus Verschwörungstheorien, die er sich aus dem Internet zusammengesammelt hat. Dann gab es diesen Typen in München, 2016, der am Tag von Breiviks Massaker im Einkaufszentrum junge Migrantinnen und Migranten erschossen hat. Ah, das war ein anderer Fall. Der war da selber... Das war ein Amoklauf, ich glaube, er war selber Iraner. Ja. Und das, also hat man das mit dem Breivik in Zusammenhang gebracht? Das war am Breiviks Geburtstag. Also nicht Geburtstag, das war am gleichen Tag, also zwei Jahre nach Breivik hat der das gemacht. Ja. Und es war... Na, aber wenn es 2016 war, kann es nicht zwei Jahre danach sein? Ah, oder vier Jahre danach. Naja, aber das... Aber okay, ich gebe zu, ich kenne mich in diesem Fall, ich erinnere mich natürlich, dass wir das gecovert haben, war ja bei RT zu dem Zeitpunkt, aber ich kenne jetzt die Details nicht mehr. Aber ich würde ja nicht leugnen, dass so etwas stattfindet. Ich sage nur, dass nur der Konsum von Verschwörungstheorien oder Alternativmedien niemals dazu führen kann. Sonst hättest du ja, weiß ich nicht, wie viele Millionen Amokläufer. Ja. Oder nicht? Weil es gibt ja viele Millionen Konsumenten von Alternativmedien. Na klar, na klar gibt es das. Aber nicht jeder ist dann so wahnsinnig, um das zu tun. Aber es ist doch ein roter Faden. Breivik, München, dann der Typ in Christchurch. Ja, war auch... Es sind halt, es sind eher so rechtsextreme Verschwörungstheorien. Aber es gibt ja Extremisten in jeder Couleur. Also du kannst ja, es gibt ja auch islamistische Extremisten. Und da sollen wir ja auch nicht von dem Einzelnen auf die Allgemeinheit schließen. Und in dem Fall gilt doch dieselbe Regel, oder nicht? Ja, aber passiert es umgekehrt. Es läuft jemand rum und der sagt, hey, diese Verschwörungstheorie... Oder er schießt jetzt jemanden, weil er keine Maske trägt, weil er nicht an irgendeinen Apologeten rankommt, der so gegen die Maskenpflicht gewettert hat. Also ob jemand schießt, weiß ich nicht. Aggressionen gab es auf jeden Fall. Ja, klar. Aber das würde ich auch nicht gleichsetzen. Selbstverständlich nicht. Aber ich, wie gesagt, Extremisten gibt es, jeder Couleur. Nur ich tue mich schwer mit dieser direkten Kausalität. Weil sonst hättest du einfach viel mehr verrückte Leute. Das sage ich nur dazu. Kann sein, ne? Kann sein, ja. Für mich gibt es diese Kausalität. Du hast das in Deutschland allein. Hanau. Versatzstücke. Natürlich ein wahnsinniger Typ. Aber Versatzstücke aus Verschwörungstheorien, die man so auch auf Telegram zu hören bekommt. Auch von größeren Influencern. Tunnelsysteme, QN und Scheiß und so. Natürlich macht es nicht jeder. Aber ich finde, das Killerspiel-Argument ist natürlich kompletter Wahnsinn. Aber in einem Killerspiel ist keine Ideologie drin, die mittransportiert wird. Da ist nicht dieses Ding, du musst jetzt gegen den und den kämpfen. Das ist ein fadenscheiniges Argument, dieses Killerspiel-Argument. Aus einem ideologischen Antrieb heraus zur Gewalt zu greifen, ist ja nichts Neues, dass es sowas gibt. Da würde ich jetzt auch sagen, dass es natürlich, du verstehst dich ja immer noch als Linker, richtig? Würdest du dich jetzt als links-liberal, grün-liberal bezeichnen? Also woke, sagt man ja zu Neudeutsch. Wäre das jetzt so dein linkes Verständnis? Also schon, woke ist halt die Frage, was heißt das? Genau, es ist fair. Weil ich kam zum ersten Mal mit dem Begriff irgendwie 2020 in Berührung. Da war das eigentlich noch sehr positiv betrachtet. Mittlerweile ist es in 2020 herum. Was ist da überhaupt schon so gängig? Ich hatte eine Freundin und die hat mir das dann mal, die hat viele Sachen aus Amerika konsumiert und die hat mir so erklärt, was halt woke bedeutet. Dann kam das so 2021 zu uns, in den deutschsprachigen Raum und als Kampfbegriff heißt woke, die wollen alle canceln. Es gibt 64 Geschlechter, die wollen Hogwarts Legacy uns wegnehmen und so. Aber ist das nicht auch ein Teil davon? Also gibt es wahrscheinlich auch, ja. Also es ist ja klar, dass wir immer die Spitze davon mitkriegen. Aber dass es laut deren Ideologie unendlich viele Geschlechter gibt, weil die alle sich auf einem Spektrum abspielen, das ist doch wahr. Ja. Oder nicht? Ja, aber hast du so Menschen, hast du mal jemanden persönlich kennengelernt, der sowas erzählt? Ich weiß nicht, ob der jetzt in diesem Thema, aber ich habe schon Leute kennengelernt und nicht oft, gebe ich zu, ich bin nicht in dieser Bubble unterwegs, ja. Aber die tatsächlich auch so ein bisschen als Korrektiv agieren, wenn zum Beispiel einer mit einem Akzent einen Ausländer nachgemacht hat, auf eine lustige Art und Weise zu sagen, also das geht jetzt so nicht. Doch, das habe ich schon miterlebt, ja. Ja, genau. Ja, das gibt, du, ich denke mir auch so, ich bin selber Künstler und Komiker auch, ja. Und ich kann das schon verstehen, dass man das kritisch sieht, ja, wenn du jetzt Ausländer nachäffst, ja. Auch wenn nichts Böses dabei ist. Ich glaube, es kommt darauf an, in welchem Kontext. Ich glaube, der ist wichtig, oder? Also das ist doch komplett relevant in dieser... Ich kann die Debatte verstehen, ja, ich verstehe die Debatte, ich bin aber trotzdem als Künstler und Schauspieler der Meinung, eigentlich sollte man alles spielen dürfen. Es käme ja aber schon auf den Kontext drauf an, ja. Es gibt ja auch diese Debatte Blackfacing, ja. So, ich sage so, es müsste auf einem Faschingsumzug am Karneval, ja, ist es meiner Meinung nach nicht notwendig, ja. Ja, ich denke mir so, Othello zu spielen, wäre es für mich legitim, ja. Aber, naja, es ist halt, es ist eine heiße Debatte, ich kann es verstehen, ja. Ich unterstütze das aber jetzt nicht unbedingt, ja. Also ich würde sagen, dass es, also du hast schon recht mit der Definition von Woke, was das überhaupt ist. Und dass das auch wahrscheinlich ein heterogenes Spektrum ist, dass da dazu gehört, genauso wie ich das sagen würde, die sogenannte Alternativ-Szene ist ja auch super heterogen, die ist ja riesengroß geworden durch Corona, es haben sich neue Medienplayer etabliert, die sich auch immer wieder bei neuen Konflikten wieder so auseinanderdividieren oder es ergeben sich dann neue Achsen. Ukraine war wieder so ein Punkt, jetzt mit Israel-Palästina. Das heißt, das ist kein homogener Haufen. Nee, aber das Homogene ist meiner Meinung nach dieses Dagegenhalten, ja, so. Also es sind ja, ich möchte jetzt nicht alle da in einem Korb werfen, ja. Aber so generell das Homogene, was ich wahrgenommen habe, ist so einerseits gekränkt sein ein bisschen und dann so dagegen zu halten gegen das, was man als Mainstream wahrnimmt. Aber ist das nicht, wenn einer diesen, also ich glaube, man sagt Impetus, also wenn man diese Motivation hat, ist das nicht okay? Also ich verstehe nicht, warum du daran so einen Anstoß nimmst. Weil das machst du auch in deinen Videos, du greifst Personen auch persönlich an, was natürlich, kannst du natürlich machen, selbstverständlich. Nur ich frage mich, warum stört es dich so sehr, dass diese Person sich jetzt dagegen oder dafür einsetzt? Ja. Also was ist da deine Motivation dahinter? Ja, kommt auf an, was gegen was einsetzt. Was meinst du? Es gibt jetzt viele Videos und ich muss ehrlich zugeben, ich habe jetzt nur ein paar davon gesehen. Ja. Aus meiner Sicht war die Kritik teilweise relativ oberflächlich, also so an Äußerlichkeiten oder sowas, was vielleicht auch ein Teil deiner Kunstfigur ist, okay. Aber dass du dich an bestimmten Personen aus dem, und du nennst sie ja Widerstand, ich weiß gar nicht, ob das deren Selbstverständnis ist. Ja. Du hast mir auch mal gesagt bei Twitter, ja irgendwas mit Widerstand und ich so, ich sehe mich gar nicht als Widerstand, weil das hört sich wahnsinnig anstrengend an. Ja, und ich frage mich manchmal, ob du da deine eigenen Sachen da so ein bisschen hineinprojizierst. Ja, natürlich. Ja, okay. Klar. Ja, ich war da sechs Jahre unterwegs, ja. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass jeder so gedacht hat, wie ich denke. Aber ich kenne ja auch so die großen Protagonisten. Ich war ja mit denen auch essen, abseits der Kamera. Ich habe Gespräche geführt und so. Ich weiß ja auch, was es da für ein Mindset gibt. Und ich weiß ja auch, dass abseits der Kamera nochmal anders gesprochen wird als vor der Kamera. Und ich meine, bei einigen brauchst du auch keinen Abseits der Kamera mehr. Ich habe jetzt vor kurzem von einem relativ bekannteren, von so einer Veranstaltung, so ein Video gesehen, wo da wird quasi zum, also da wird auf eine indirekte Art und Weise, wird zur Waffengewalt aufgerufen. Man kann sich, Rudi Dutschke hat gesagt, die Gegenseite bestimmt die Mittel des Widerstands und wir sind über die Argumentation schon längst drüber hinaus. Das heißt, auf, auf. Aber ist da, ich meine, und ich möchte das wirklich festhalten, du kannst natürlich sagen und machen und tun, wie du willst. Ich frage mich nur, warum machst du es dir zur Aufgabe, diese Personen quasi aufzuzeigen? Ist das dann nicht die Aufgabe von Beamten vielleicht? Ich weiß es nicht. Naja, schau, ich darf als Künstler, kann ich, ich gehe also, ich gehe auf Einzelpersonen. Ich versuche ja jetzt nicht sozusagen alle, sind so und so. Ich versuche mir Einzelpersonen rauszunehmen, die ich als Protagonisten wahrnehme. Und da versuche ich mit, mit der Art und Weise, wie ich das halt mache, die so ein bisschen durch den Kakao zu ziehen, ein bisschen zu verarschen. Ich sage halt Rosten dazu. Und ich, ich sehe das als, weil, weil mich so auch diese, diese Arroganz ein bisschen ankotzt, so da unbedingt sich jetzt darstellen zu müssen, als hätte man die Weisheit mit Löffeln zu fressen, gefressen. Und das Problem, was ich halt habe, ist, ich sage so, es ist doch total okay, kritisch zu sein und kritisch zu denken. Aber man sollte das auf einer vernünftigen Ebene auch beibehalten. Und es ist nun mal so, dass wir hier so Mitteleuropa, hey, uns geht es eigentlich richtig gut im Vergleich zum Rest der Welt. Und ich würde es gut finden, wenn man versucht, das anzuerkennen, was ist, und dass man, dass man das versucht zu verbessern. Ja, und ich habe jetzt ein bisschen das Gefühl, dass durch dieses Schlechtreden, Failed State, ja, alles geht den Bach runter und so, dass das, dass das in, dass das in so eine Abwärtsspirale hineinführt, die wir uns eigentlich so nicht verdient hätten aufgrund der Lebensumstände, die wir noch haben. Ich würde da jetzt dazu sagen, dass die Leute, die das so sehen, und ich bin ja auch der Meinung, dass es in Deutschland zum Beispiel noch sehr komfortabel ist. Ja. Ja. Ja, würde ich auch sagen. Natürlich wird es für immer mehr Menschen unbequemer, die das Unglück haben, vielleicht nicht so viel Geld zu verdienen oder so. Aber ich würde sagen, dass die Menschen, die darauf aufmerksam machen, ja, eigentlich genau darauf aufmerksam machen, damit sich etwas ändert, damit es wieder besser wird. Vielleicht sind die Mittel, wie das gemacht wird oder die Worte, die gewählt werden, nicht immer die besten, aber ich würde denen ja jetzt erstmal eher im Schnitt vielleicht gute Absichten unterstellen. Und das ist vielleicht auch meine Lebensphilosophie, ja. Ich unterstelle ja niemandem wirklich böse Absichten. Ja. Nicht wirklich. Ja, haben die wenigsten. Ja, eben. Die wenigsten Menschen haben böse Absichten. Genau. Und das heißt nicht, dass das, was sie tun, gut sein muss. Aber ich glaube, die Absicht dahinter ist eigentlich positiv. Ja, klar, ja, aber gut gemeint ist nicht immer gut gemacht, ja. Hat dir eigentlich auch vielleicht eine gewisse Anerkennung aus der Szene gefehlt? Nee, nein, nee. Mir ging es da eigentlich nicht wirklich um Anerkennung, ja. So, ich war, ich hatte so, ich habe mich ja so als Aufklärer auch wahrgenommen. Und ich hatte ja so, ich hatte jetzt nicht die mega Anerkennung, aber ich habe mich schon gut aufgehoben gefühlt. Ja, ja. Nee, nee, Anerkennung nicht gefehlt. Wie sollte man denn mit Menschen umgehen, die eine andere Meinung haben? Also ich denke so generell, ja, ich meine, das klingt jetzt wahrscheinlich total paradox, dass ich das sage. Ja, weil ich bin sehr derb, ich bin sehr vulgär, ich beleidige auch zum Teil sehr hart, so wie ich als Künstler arbeite. Aber ich denke mal so, im Zwischenmenschlichen, im Gespräch mit jemandem sollte man sich respektvoll verhalten und auch zuhören, ja. Und jemanden nicht abwerten, auch im direkten Gespräch. Im direkten Gespräch ist ja der wichtige Stichpunkt hier, weil du ja selber gerade eingeräumt hast, dass du ja Videos machst, wo du durchaus Leute beleidigst. Auch persönlich und nicht nur inhaltlich, sondern auch zum Beispiel aufs Äußere und so weiter und so fort. Warum nutzt du diese Mittel? Ich sage es so, ja, ich suche mir Typen raus, die das auch so machen. Und da, ich nehme das dann und überspitze das aber. Ich gehe auf jemanden, der jemanden beleidigt und nehme aber und konstruiere einen Rant an Beleidigungen, der noch krasser reingeht. Ich sage so, ich halte einen Spiegel vor. Und ich versuche, so gut es geht, auf Einzelpersonen zu gehen. Ja, und ich denke, dass als Komiker habe ich das Recht dazu. Ja, also ich bin, ich sage so, ich bin für politische Korrektheit, wenn es ein Politiker ist. Ja, ich finde, jemand, der auf der Bühne steht, muss nicht politisch korrekt sein. Also Politiker müssen sich politisch korrekt ausdrücken, aber jetzt andere Leute nicht? Nö. Okay, das heißt, auch Leute, die keine Komiker sind, dürfen sich auch politisch inkorrekt äußern? Kommt drauf an, ja. Und wer sagt dann, was geht und was nicht geht? Das ist eine gesellschaftliche Frage, ja. Da muss man sich als Gesellschaft darauf einigen, ja. N-Wort ist so eine Debatte, die hart geführt wird. Kann man es sagen, kann man es nicht sagen, in welchem Kontext kann man es sagen. Und ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass sich so die Mehrheitsgesellschaft darauf geeinigt hat mittlerweile, dass man es nicht mehr benutzt oder ausspricht. Und ich habe selber lang, ich habe selber lang gebraucht, ja. Das bei mir fiel so der Groschen irgendwann so Mitte 2021. Hat, glaube ich, dein, oder hat dein Wandel auch was mit deinem Umfeld zu tun gehabt? Schon auch, ja. Ich bin in eine neue Beziehung, ja, hatte eine Freundin damals kennengelernt und habe so ein bisschen eine neue Perspektive bekommen, ja. Und ich muss auch sagen, so das Begleiten von meinem Sohn, so vom Kind ins Teenager-Alter hinein, so ein bisschen seine Perspektiven einzunehmen und so, hat auch dazu beigetragen, wieder so ein bisschen die Welt anders wahrzunehmen, sage ich platt, ja. Das N-Wort war mein Sohn, war meine Freundin, die selber POC war, die, ich sage das mal so, ja, und dann fängt die an zu weinen, ja. Und ich so, oh, what the fuck, ja. Und dann sagt sie, hey, wenn du das sagst, dann ist bei mir Kindergarten, wo sie das gesagt haben zu mir, dann ist das Volksschule, wo sie das gesagt haben zu mir, und ich würde es gut finden, das nicht zu sagen. Und lustigerweise drei Tage später sagt mein Sohn, hey, in der Schule, die hatten einen Schwarzen in der Schule, ein Mitschüler sagt das zu ihm und mein Sohn erklärt mir als Zwölfjähriger, sollte man nicht mehr sagen, ja. So. Und ich denke mir so, okay, wenn ein Zwölfjähriger das auf die Reihe bekommt, dann schaffe ich das auch, ja. Du verstehst dich ja selber als Linker und du hast auch in einem Video gesagt, dass du eine linke Politik möchtest und dass nur eine linke progressive Politik in die Zukunft führen kann, ja. Und da höre ich auch aus dieser Geschichte heraus so ein bisschen diese, vielleicht nicht, vielleicht, ich sage es einfach mal und dann gucken wir mal, ob es sich richtig anhört, so eine gewisse Verherrlichung von Kindern, oder dass die Kinder es besser wissen als Erwachsene. Und da ist jetzt vielleicht dieses Beispiel jetzt nicht das Beste, weil ich würde jetzt dir zustimmen, dieses Wort muss nicht gesagt werden, ich nutze es nicht, für mich ist das fein, also es ist kein Streit, den ich führen würde, ja. Aber glaubst du, dass, ich würde jetzt mal das vielleicht den Linken eher unterstellen, dass die so eine gewisse Verherrlichung von Kindern haben, weil die es besser wissen, wie die Zukunft aussehen soll? Nee, ich glaube nicht, dass das mit Kindern zu tun hat, ja, so. Ich glaube, dass wir gravierende gesellschaftliche Probleme haben, immer noch. Ich glaube, dass wir uns im Vergleich zu vor 50 Jahren, 100 Jahren, 400, 500 Jahren, 2000 Jahren massiv gebessert haben. Und trotzdem gäbe es noch einen Prozess, ja. Ich glaube, dass wir als Menschheit in der Form, wie wir existieren, einfach einen komplett falschen Weg eingeschlagen haben. Das liegt aber 10.000 Jahre zurück. Das hängt zusammen mit landwirtschaftlicher Revolution. Das hängt zusammen mit einem Patriarchat, das daraus entstanden ist. Das hängt mit einem Militarismus zusammen, der dadurch dann sich durch unsere Gesellschaft gepflügt hat. Und wir immer noch so Teile davon in unserer, so krasse hierarchische Strukturen haben, die eigentlich unserem Wesen als Mensch nicht entsprechen. Und ich sage so, dass so diese Zukunftsidee, die ich habe, was eine Gesellschaft ist, die ich hinmöchte, was ich nicht erleben werde, was wir wahrscheinlich nie erleben werden, das ist so eine, jetzt auf eine Science-Fiction heruntergebrochen, wäre das so wie Star Trek. Und wie genau sieht das aus? Vielleicht kannst du es beschreiben, ich habe kein Star Trek gehabt. Es ist eigentlich eine krass sozialistische Gesellschaft. Es gibt kein Geld. Jeder Mensch hat so eine Art von Grundeinkommen, kann so existieren, wie er möchte. Und wenn du willst, bist du halt berufstätig. Aber das ist halt in dieser Star Trek-Zukunft nur möglich, weil du die Wissenschaft hast, um dich zu ernähren und so. Es ist eine krasse Utopie, die nicht erreichbar ist. Aber findest du nicht, dass wir in unserer Gesellschaft schon unglaublich viel erreicht haben? Natürlich. Ich würde auch Hierarchien als etwas Natürliches beschreiben. Man kann natürlich argumentieren, ob diese Hierarchien unbedingt auf Geld aufgebaut sein sollten. Besser wäre ja auf Leistung, also was man leisten kann. Okay, da kann man auf jeden Fall drüber reden. Aber ich glaube, dass sich ganz von alleine ganz natürlich Hierarchien aufbauen würden. Auch wenn wir versuchen, auf Bingen und Brechen alle gleich zu machen. Es werden niemals alle gleich sein. Das auf jeden Fall. Das wird es geben. Natürlich soll ein Arzt anders in einem Krankenhaus gestellt sein als jemand, der nicht studiert hat und so. Aber da würde ich sogar kurz einhaken, das Studium ist nicht das, was einen zu einem Leistungsträger macht. Ein Leistungsträger ist jemand, der einen Mehrwert bildet in der Gesellschaft. Und es kann auch ein nicht studierter Handwerker sein, der mit seinen Skills einen Mehrwert bietet. Das kann ein Arzt sein. Und so hat man ja die Vielfalt. Und jeder bietet den Mehrwert so, wie er kann, mit seinen Möglichkeiten. Und dadurch ergeben sich aus meiner Sicht automatisch Hierarchien. Dadurch ergeben sich aus meiner Sicht automatisch Unterschiede. Und womöglich auch bestimmte Diskriminierungsmuster. Das wird es immer geben. Ich glaube, das ist normal. Und wir haben schon so viel korrigiert. Dass je weiter wir kommen und je mehr wir versuchen, die Überkorrektur findet dann statt. Aus meiner Sicht. So sehe ich das. Weil du dann auch aufhörst, irgendwelche Überflieger zu produzieren. Aber was ist denn die Gesellschaft, wenn du keine Überflieger mehr hast? Irgendwelche Genies, krassen Sportler oder Unternehmer. Keiner will sowas mehr machen. Und ich finde das eher eine traurige Zukunft aus meiner Sicht. Ja, aber das ist ja eine, ich sage einmal, das ist eine natürliche Hierarchie. Die entsteht aufgrund eines Talentes, das du hast. Aufgrund einer gewissen Leistung, die du herbringst. Das ist ja absolut legitim. Das Problem, was wir haben, ist, dass wir grundsätzlich eine starre Hierarchie haben, die eher am Abnehmen ist. Wo aber trotzdem Menschen aufgrund ihrer Geburt alleine schon besser gestellt sind als andere. Und das sollte halt nicht sein. Und dann würde ich sagen, das stimmt schon, dass manche Leute es leichter haben als andere. Trotzdem würde ich sagen, dass die wahrscheinlich Herausforderungen haben in ihrem Leben, von denen wir gar nichts wissen können. Ich weiß nicht, was der Erbe für ein Leben hat und was der für Probleme hat. Keine Ahnung. Natürlich trägt jeder sein Päckchen mit sich. Aber würdest du nicht sagen, dass in der Gesellschaft, so wie wir sie haben, und ich stimme dir insofern zu, dass die soziale Durchlässigkeit in Deutschland nicht so hoch ist, wie viele Leute glauben. Aber wenn du es in Deutschland nicht schaffen kannst, dann wird es wahnsinnig schwierig. Du hast so viel Unterstützung in Deutschland. Also ich weiß nicht, wie viel mehr man noch machen soll. Ich meine, aber es ist einfach so, dass zum Beispiel Kinder, die aus ärmeren Verhältnissen kommen, wo die Eltern keine Akademiker sind oder so, dass die prozentual gesehen viel weniger es schaffen, an die Uni zu kommen. Aber warum müssen die an die Uni gehen? Nee, sie müssen ja nicht, aber sie sollten die Chance dazu haben. Aber gibt es die nicht? Nee. Und wieso nicht? Es gibt BAföG, es gibt Unterstützung, Stipendien. Wenn du in einer ärmeren Familie bist, die Eltern müssen dich mal unterstützen, bis du in Deutschland das Abitur oder bei uns die Matura gemacht hast. Das geht nicht. Das können nicht alle Eltern. Es gibt Familien, die kämpfen jedes Monatsende mit dem Geld. Und da kannst du nicht noch, und da muss das Kind, wenn es 15 ist, schauen, dass es einen Job annimmt oder irgendwie nicht weiter in die Schule geht. Okay, natürlich gibt es diese Lebenswege. Und ich würde sagen, das ist dann der Lebensweg. Es ist, jeder hat so sein eigenes Päckchen zu tragen und jeder geht seinen eigenen Weg. Aber die Möglichkeiten sind da. Ja. Natürlich ist es anstrengender für manche. Und trotzdem ist es möglich. Wenn nicht hier in Europa oder in Österreich und Deutschland, dann weiß ich nicht, wo. Ja. Das wäre so meine Haltung dazu. Und ich würde niemals abstreiten, dass es nicht auch wahnsinnig hart ist. Und dass es andere Leute vielleicht augenscheinlich für uns einfacher haben. Ja. Dem würde ich, aber diese Vielfalt, die ist einfach da. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob man das jemals wirklich, wirklich ausmerzen kann. Nee. Außer auch vielleicht mit Enteignung oder sowas. Man kann es gerechter machen. Also ich denke mir so, es sollte nicht sein, dass es Menschen gibt, die ihre Miete nicht zahlen können. So. Finde ich unfair. Gut. Da kann man ja jetzt auch wieder in diese, das sind jetzt konkrete Probleme, die du ansprichst. Die sind auch fair. Die sind auch in jeder Stadt ein bisschen anders. Ich kenne mich da in Berlin natürlich besser aus als in Wien. Wien wird ja immer so als Vorzeigebeispiel genannt, dass die damit gut machen. Aber bevor wir jetzt in diese Debatten verrennen, weil das sind eigene Diskussionen, da gibt es viel Pro und Contra, die man durchgehen kann. Das stimmt schon. Ich will noch einmal zurückkommen zu unserem Thema, also quasi dein Ausstieg aus den Alternativmedien und wollte dich auch noch fragen zum Schluss, ob du vielleicht irgendwie in gewisser Weise ein schlechtes Gewissen hast mit den Inhalten, die du verbreitet hast und das jetzt irgendwie korrigieren willst. Ja, ich sage das ja auch. Ich sage, dass ich eine gewisse Verantwortung habe, weil ich ja auch dazu beigetragen habe, dass Leute den gleichen Weg angeschlagen haben wie ich. Und ich sage so, ich habe so ein bisschen auch die Verantwortung, das zu sagen oder zumindest aufzuklären und versuchen da auch wieder ein paar zu erreichen. Ich meine, ich habe jetzt nicht so die Mega-Reichweite gehabt, aber ich sage schon, dass ich ein bisschen die Verantwortung habe. Es ist interessant, dass du dir diese Verantwortung, dass du die aufnimmst für dich. Ich hatte gesagt, jeder ist für sich selbst verantwortlich tatsächlich. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Weil wenn, also tatsächlich, wenn du mal, ich will nur den Gedanken ausführen, weil wenn jeder die Verantwortung für sich selbst übernimmt, zumindest soweit er kann, natürlich, ja, dann ist erst mal an jeden gedacht. Ja. Und dann entlastest du damit alle anderen auch. Ja, na, ich glaube schon, dass man auch, dass man auch ein bisschen für andere verantwortlich ist. Ja, so, das ist ja, was eine Gesellschaft ausmacht. Das ist ja auch eine Sache, das ist ja eine Willensfrage oder eine Entscheidungsfrage. Du als Einzelperson, natürlich bist du für dich verantwortlich und solltest schauen, dass du halbwegs gut bist zu dir und entsprechend auch lebst. Aber du bist auch verantwortlich für das, was um dich herum passiert. Und du kannst diese Kreise auch beeinflussen oder nicht beeinflussen. Du kannst, wenn der Nachbar seine Kinder prügelt, kannst du dir denken, die sind selber dafür verantwortlich. Nein, selbstverständlich nicht. Oder er ist dafür verantwortlich, mich geht es nichts an. Oder du kannst zum Handy greifen und die Polizei rufen. Und du kannst zuschauen, wie jemand auf der Straße verreckt. Oder du entscheidest dich, das sind Extrembeispiele, klar. Ja, aber ich glaube schon, dass eine Gesellschaft aus Verantwortung besteht. Aber im Idealfall wird das ausgehandelt über eine verbindliche Art und nicht über Schimpfen und Zeigefinger. Wobei du ja diese Mechanismen oder Instrumente auch gerne nutzt. Also Schimpfen. Schimpfen, ja. Also ich finde schon, dass du schimpfst. Ich schimpfe, aber ich tue eigentlich nicht moralisieren. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, tatsächlich. Aber schimpfen tust du gerne. Und eigentlich auch in gewisser Weise ein bisschen, ich weiß nicht, kann man sagen empören? Empörst du dich darüber? Ich bin mir nicht so sicher. Eigentlich nicht. Nee, du schimpfst einfach nur gerne. Aber schimpfst du vielleicht auch einfach gerne? Ja. Ich bin so aufgewachsen. Ich bin als Proll ausgewachsen und ich sehe das auch als eine Kunstform. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich da sitze und ein Schimpfwort nach dem anderen rausknalle. Also das klingt blöd, aber ich tue da Texte schreiben. Und dann denke ich mir, oh, ja, das passt gut zusammen und so, ja. Also das ist eine Kunstform, ja. Willst du damit weitermachen? Mit dem, wie ich das mache? Ja. Hast du, ich habe manchmal so das Gefühl, also es ist jetzt nur ein Gefühl, ja. Ich habe so einen Eindruck. Also du warst auf dieser einen Seite im Extremfall, wie du selber sagst, ja. Du warst da im Kaninchenbau drin und jetzt sagst du, klar kann man kritisch sein, aber ganz ehrlich, 9-11 interessiert mich nicht mehr. Und jetzt, als würdest du so überkorrigieren auf der anderen Seite jetzt, um eben dein schlechtes Gewissen irgendwie vielleicht ein bisschen zu korrigieren oder, ja, also irgendwie jetzt würdest du so eine kleine Korrekturschleife machen jetzt. Also überkompensieren, das ist das Wort. Ja, als würdest du in gewisser Weise überkompensieren. Weil du ja auch so deinen Austritt ein bisschen inszeniert hast, was auch okay ist, es ist keine Kritik, ja. Du hast deinen Austritt inszeniert, du machst dann so Videos über diese ganze Szene, was natürlich auch gestattet ist, aber willst du das, was du quasi verbrochen hast, in Anführungsstrichen, irgendwie überkompensieren? Ja, nee, würde ich so nicht sagen. Schau, ich habe ja diese Ausstiegsreihe auf YouTube, das sind so 20 Folgen, wo ich quasi von 2014 bis 2020 das nochmal für mich reflektiere und aufarbeite. Aber das war eigentlich so eine, das hatte fast so einen therapeutischen Effekt. Ja, wäre jetzt gerade das, was ich fragen wollte, ja. Weil ich für mich das alles nochmal rekapitulieren wollte. Ich bin, das war Winter 2021, kann ich mich erinnern, bin ich im Bett gelegen und habe mir noch irgendeine Doku angeschaut aus dem österreichischen Fernsehen, da ging es um so einen QAnon-Typen. Und dann sagt er so komplett, also wirklich ganz abgedreht, was der so geglaubt hat. Und irgendwann sagt er so, ich mache das, das mache ich ja nicht für mich, ich mache das so, ich muss das quasi machen, weil wir müssen als Gesellschaft aufwachen und so. Und ich bin dann so da gesessen und habe mir gedacht, what the fuck, das habe ich auch so gesagt. Nur nicht in so einen extremen Randauswüchsen, wie der das hatte. Und das hat mich fertig gemacht. Also so, ich war wirklich, ich bin in so ein Loch gefallen über ein paar Monate und dieses Reflektieren war so ein Prozess des Ordnens, ja. Also da ging es nicht wirklich, das ist nicht so ein Kompensieren. Und von einem Extrem ins andere, das ist so ein Ding, was ich oft, was ich als Vorwurf manchmal bekomme, auch, ja. Aber ich finde das, ich bin nicht in einem Extrem, ja. Ich würde so sagen, natürlich sehe ich mich als einen Linken oder so, aber ich bin eigentlich so, meinen Empfinden nach, eher so in der Mitte angekommen, ja. Hast du irgendwas aus dieser Zeit, ja, die du da in deinen Videos abgearbeitet hast, ja, als therapeutische Maßnahme sozusagen, ja. Hast du irgendwas aus dieser Zeit mitgenommen, das vielleicht trotzdem irgendwie wertvoll war? Du, ich habe mich viel beschäftigt mit Menschheitsgeschichte, ja, so, das habe ich mitgenommen, ja. Ich wollte so damals ergründen, ja, was, wo kommen wir als Menschen her und so. Also, ja, ich, das so, ja, ich habe, ich habe vorher so das Gefühl gehabt, bevor ich so abgetrifftet bin, dass ich ja einer von den Guten bin, ja, so in der, so, so ein Gutmensch, ja, das habe ich nicht mehr, ja, aber das hängt vielleicht auch mit dem Älterwerden zusammen, ja, dass so ein bisschen dieses, dieses Feuer weggeht und man so eher so ins Pragmatische reinkippen kann, wenn man nicht verbittert wird, was, was einigen passiert ab einem gewissen Alter, ja, also, ich, ich denke schon, dass ich da für mich was mitnehmen konnte, ja. Bereust du es? Dass ich das gemacht habe? Ab und an schon, ja, ja, weil ich mir so denke, eigentlich bin ich ein Schauspieler und ein Künstler und das wäre so mein Weg gewesen und, und aufgrund irgendwelcher Verkettungen war ich im Widerstand und, 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 und habe mich so, so ein bisschen wie so ein, nicht wie ein Jesus, aber ich weiß nicht, wir haben mal so eine Veranstaltungsreihe organisiert in Wien und dann haben wir, das war unter einer Kirche, so im Keller von einer Kirche, dann bin ich so da gesessen und dann habe ich mir gedacht, ja, so war das damals auch, ne, mit Jesus und den Aposteln, die mussten da so im Untergrund, mussten sie ihre Treffen organisieren und so, dann habe ich Veranstaltungen organisiert und habe den Referenten eine weiße Rose geschenkt, mit einer Anlehnung an, eh schon wissen und, und das sind so Sachen, wo ich mir gedacht habe, das war doch einfach komplett lost, das, das bereue ich ein bisschen, ja, aber ich kann sie nicht ändern. Würdest du es gerne ändern, wenn du es jetzt könntest? Nee, na, du, ich hatte auch eine gute Zeit, ja, ich habe sechs, ich habe so mich bemüht, für meinen Sohn da zu sein, Vater zu sein, habe den begleitet, ja, habe, wir haben die ganzen Harry Potter Bücher gemeinsam gelesen und das sind Sachen, die ich, die nehme, das nehme ich, dann nehme ich die Scheiße auch in Kauf, ja, das möchte ich so beibehalten. Habe super Menschen kennengelernt, ja, ja, nee, also ich würde es nicht, ich würde es nicht, wenn ich zurück könnte. Nicht missen? Nee, also oder sagen, zack, ich breche das jetzt, ich erinnere mich an, ich fange wieder an, 2014, ja, nee, so nicht. Stefan, vielen Dank für das Gespräch, es ist spannend mit einem sogenannten Aussteiger, wenn man das so hoch anhängen will, zu sprechen. Ich hatte ja am Anfang, das hatte ich dir ja schon gesagt, also die Angst, dass dieses Gespräch dann so total vulgär werden würde und ich bin dankbar, dass es nicht so ist. Aber dachtest du, ich beschimpfe dich oder ich schimpfe auf andere? Ich dachte, du schimpfst auf andere, ich dachte nicht, dass du mich beschimpfst, weil sonst hättest du dieses Gespräch, ich glaube, sonst hättest du da nicht zugesagt, aber wer weiß, man weiß ja nie, auf was man sich da einlässt. Aber ich fand es jetzt interessant, auch so zu hören, wieso dein Werdegang war und denke auch, dass manche Punkte absolut legitim sind und finde es auch, ich glaube, diese Erfahrung, die du gemacht hast da, auch so, dass du dieses Gefühl hattest, ich bin jetzt so ein Widerstandskämpfer, ich bin wie Jesus, ja, dass das durchaus ist, was manche Leute fühlen und dass sie sich damit auch wichtig machen können und besonders fühlen können, weißt du? Also für mich ist es schwierig nachzuvollziehen, weil ich hatte nie dieses Aktivistische und ich bin auch Gottfroh, dass ich es nicht hatte, ich sag's dir, wie es ist. Ich glaube, da hat mich ein bisschen, weil ich habe ja bei RT gearbeitet, wenn du als Journalistin arbeitest, dann hast du einen anderen Zugang dazu, da musst du schon versuchen, da möglichst neutral, so neutral, wie wir alle sein können, zu sein und da ist dieser Kelch einfach komplett an mir vorbeigegangen, tatsächlich. Und ich glaube, es steckt auch nicht so in mir drin, da so demonstrieren zu gehen, es ist einfach nicht so mein Ding. Ja, gute Sache. Ja, ich bin da halt nicht so, so wie jeder möchte und so wie jeder kann, ich versuche nicht zu urteilen. Ja. Und ich sage damit danke, dass du dir auch die Zeit genommen hast, darüber zu sprechen. Das sehr gerne, ja. Und ich bin mal gespannt, was die Leute sagen und ich sage Dankeschön. Danke dir.